Riju ist kein klassisches Restaurant. Das Design im Restaurant, das habe ich sehr authentisch gehalten. Ich denke, dass ich mit dem Konzept was sehr Lockeres ausstrahlen möchte. Mit dem Riju wollte ich dem Ganzen so nah wie möglich kommen. Ihr könnt hier mit euren Freunden hinkommen, einfach nur gemütlich ein Bier trinken und gemütlich dabei ein paar Tapas genießen. Genauso wie es auf Vietnams Straßen ist und das habe ich versucht mit diesem Konzept wiederzugeben. Ich denke, dass es street food.